. 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 Ich kann nur... Rabota, Rabota, Rabota! Spasiba! What? Äh... What? Uh! Uh! Energy! Wie komme ich wieder zurück? Ah da, uh! Äh... What? What? Ah... Leute! What? Ja... What? Ah, da kam eine Tür! Oh... Die Steuerung, Leute! Oh! Nice! Und Space? Äh, es sieht schon mal lustig aus! Nur eben mehr der Steuerung da oben! Ah, den Punkt zu treffen für mich! Not easy! Not easy beasy! Wir gehen mal in die Kamera! Hier kommt ja noch keiner! Hier ist noch keiner! Und oben haben wir ja noch keinen gehört! Ah, sieht schon mal cool aus! So richtig abgefahren! Blutiger... Schraubenschlüssel! Sieht aus wie ein Tatort! What happened here? ... Meine Fresse hier, Leute! Aber mir gefällt sowas! Solche abgeranzten, abgefahrenen... Offices! Ja, richtig cool! Also... Sowas ist nicht schlecht! Sowas ist cool! Es gefällt mir so richtig! Es ist zwar... Billig gemacht irgendwie, aber... Cool! Erzeugt ne coole Atmosphäre! Macht man... Bis auf die Kamera! Die übliche... Ein bisschen Gewöhnungsbilder... Wenn man noch ein bisschen... Sich reinarbeitet, dann kommt man da schon weiter! ich liebe russisches essen the russian food are great so much meat heavy meals I love it I love russian food and the luck is in Germany we have so much russian stores I often go to russian food and some turken food at the German usually seldom but rather than our friends I love russian food russian food the russian food the russian food the genials the 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 In welchem Lied kommt, stammt Have You Seen Me? Eine meiner Lieblingsbands. Mit deren bin ich aufgewachsen, die habe ich vergöttert damals, wo ich jung war. Da bin ich mal gespannt, ob es jemand von Euch weiss. Schade, es passiert nicht so viel. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass vielleicht hier jemand mal gekommen wäre oder so. Aber wie gesagt, ist ja nur eine Demo, ne? Demo. Und die Spiel werde ich auf jeden Fall spielen, wenn die Full Version draußen ist. Das habe ich mir schon vorgemerkt, ja. Weil das gefällt mir. Die Location ist great. Die Style ist great. Die Office ist unglaublich, 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 wunderbar, mega, fabulös, fantastisch. Wir können ja mal nochmal hier... Und? Es kommt leider keiner. Aber wir haben ja schon 5 Uhr. Mal schauen, wie weit wir da noch kommen müssen. … Ich habe ein Star! Oh! Er ist in der Sky. ja Freunde, das war die Demo von Five Nights at Brokens Oh, I hope you can play the full version, that's great, it's unbelievable Macht mir sehr viel Spaß, Leute Wie gesagt, ich spiele auf jeden Fall, wenn sie rauskommen sollte, die full version Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen Oh, great, der Sound, der ist cool, nice Nicht der Standard Sound, hätte ich jetzt nicht gedacht Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt Habt ihr ein Däumchen übrig, nehme ich gern Ich bedanke mich bei euch für's Zusehen Und würd mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr auf einem russischen, äh, auf meinem russischen Skandal, nein, äh, Skandal Auf meinem russischen Kanal Oh, Jesus Bis dahin, genieß es Leben Verhaut euch nicht, habt Spaß miteinander Geht mir wieder russisch essen Ich sage tschö mit dir und tschö, euer russischer Rentner Spasiba, davadich Davai Ciao Da